Kannst du die eigentlich getrennt hoch? Vielleicht können das auch die Blonden. Liam kann das auch, der ist ja auch blond. Versuch mal. Ne, nur eine Seite. Ja, ist nicht so einfach. Oh, ich kann was, was Nick nicht kann. Das ist bestimmt nicht das einzige. Ja, dafür kannst du dann auch wieder sehen.